Mit Helge. Mit Helge. Und Helge ist 38. Guten Morgen, Helge. Ja, guten Morgen, hallo. Hallo Helge. Um was geht's bei dir? Hochbegabung. Hochbegabung? Ja. Das heißt, du bist ein hochbegabter Mensch. Genau. Inwiefern? Erzähl mal. Ich hab das letztes Jahr rausgefunden. Ich hab jetzt über Umweg irgendwie einen Intelligenz-Test gemacht und dann hab ich rausgefunden, ich bin hochbegabt. Wie hoch ist der IQ? Über 130. Schon nicht schlecht. Ja, das ist ordentlich und jedenfalls meine Karriere, die ich so sehr so hingelegt habe, die passt da irgendwie gar nicht zu und jetzt bin ich gerade dabei, naja, das ist mehr so ein Thema, was für morgen geht, also bei euch, weil ich jetzt überlege, was mach ich jetzt damit? Was hast du denn bisher gemacht, beruflich? Ich hab ein Wirtschaftsingenieurstudium abgeschlossen. Nein, nein. Ja, und da drin aber nicht so richtig Fuß gefunden und jetzt bin ich halt überlegen, was mach ich jetzt mit diesen neuen... Mit der neuen Erkenntnis, dass du so schlau wirst. Genau. Und ja, jetzt ist die Frage, probiere ich mich nochmal an Universitäten aus, fange ich nochmal an zu studieren oder gehe ich da in den Beruf heim, den ich gelernt habe und es ist alles... Aber sag mal, braucht man dafür einen Test? Du musst doch vorher schon gemerkt haben, dass du ziemlich clever bist. Ja, aber ich denk mal so, ich hab immer so eine negative Erfahrung in meiner Schulzeit gehabt, also hab ein paar Radellen gedreht da und es ist alles gar nicht dazu gepasst und ich hab mich halt nicht so als besonders intelligent oder so gesehen, sondern weil mein Bild, was ich von der Gesellschaft gekriegt hab, das war immer ein anderes. Ach so. Und jetzt dadurch so diesen Test und so hab ich herausgefunden, dass er doch ein bisschen mehr da, als ich irgendwie dachte. Also es ist ein Schub neues Selbstbewusstsein jetzt gekommen. Ja, genau. Ja. Ich mein, Wirtschaftsingenieurwissenschaften ist ja nur auch ein anspruchsvolles Studium, das ist ja nur ordentlich, was man mal so eben locker nebenher macht. Hat dir das Spaß gemacht? Äh, jein. Also es war sehr viel trockene Sachen dabei. Ich hab dann nebenbei noch Musik gemacht und bin viel Skateboard gefahren und hab dann wie tausend andere Karriere noch im Kopf gehabt und, äh, naja, mein Studium halt nicht so gut abgeschlossen. Also notenmäßig ist es nicht so der Hit gewesen und ich weiß, ob das jetzt noch ein Hindernis ist, dass man da halt... Mensch, wenn, wenn du dir das, wenn das finanziell möglich ist und du Bock hast, dann leg doch noch ein Studium drauf, äh, ein Studienfach, was du wirklich richtig gerne machen möchtest. Ja. Was wär das? Das ist die Frage, das finde ich jetzt gerade raus, ich weiß es nicht. Also ich muss das alles irgendwie rausfinden. Ich hab mal, meine besten Werte sind zum Beispiel in der Sprache. Also jetzt überlege ich, ob ich jetzt noch Journalismus oben drauf mache, irgendwie schreiben oder so. Ja, sowas. Ja. Und mit dem anderen Studium im Hintergrund wäre das natürlich eine tolle Kombination. Ja. Weiter kann ich keine Berufsberatung jetzt machen, weil die Sendung vorbei ist, lieber Helge. Alles klar. Aber schön, dass du angerufen hast. Alles Gute wünsche ich dir. Gut. Tschüss. In der Technik, Alina Marquis, morgen ist Themennacht, 1 Uhr Radio 1.